Willkommen in Chicago 47 Ihr premier Ziel, Richard Strong Jr., ist Geschäftsführer von Stallion Armaments. Unser Klient möchte, dass Richard Strong und alle seine Leibwächter eliminiert werden. Um Punkt 18 Uhr wird er die Party verlassen, also achten Sie auf die Zeit. Viel Glück 47 Das ist Ihr Hauptziel. Guter Schuss 47 Als hätte er nie existiert. Es macht immer noch Spaß, Ihnen zuzusehen. Nie J깨 Als Aber Jder Dos El Er An Two Mas Ter 2003 W Ele